Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Die BPW ist ein Unternehmen mit einer Vielzahl von Produkten, kommt aber klassischerweise aus der Fahrwerksherstellung. Und jetzt stehe ich hier mit dem Herrn Backer zusammen, auch an so einer Achse. Was kann die denn, Thomas? Ja, das, was wir hier auf der Messe präsentieren, ist unser neues Airsafe, unser Reifendruckregelsystem. Sie müssen sich vorstellen, dass der klassische Spediteur natürlich sein größtes Ziel ist, dass das Fahrzeug rollt. Und wer kennt das nicht, wenn der Reifen Luft verliert, dass man dann auch einen Platten hat. Und das ist natürlich unser Ziel, das Fahrzeug so lange wie möglich auf der Straße zu halten. Das heißt, Sie sorgen dafür, dass ich keinen Plattfluss kriege? Richtig. Wir unterstützen genau diesen Prozess mit diesem System. Relativ einfach, simpel. Wir haben hier quasi unser Reifendrucksystem, was verbunden ist mit dem Druckluftbehälter des Trailers. Und da bekommen wir einen konstanten Druck auf dieses System gespielt. Da können Sie dann die Voreinstellung machen, so wie Sie den Reifenluftdruck dann auch gestalten möchten für die Fahrt, beispielsweise auf 9,5 Bar. Dann wird dieser Druck konstant auch gemessen. Und sofern sich der Reifenluftdruck verändert, wird kontinuierlich nachgepumpt. Und das ganz Besondere ist auch, dass es nicht nur automatisch passiert, sondern Sie können das in Verbindung mit unserer Telematikeinrichtung kontinuierlich sehen. Muss sich aber für mich lohnen, weil dieses System, das kostet ja auch Geld. Das ist richtig, dass ein zusätzliches Investment, haben wir auch natürlich ausgerechnet, wie schnell sich dann ein solches System auch rentabilisiert. Immer abhängig von der Laufleistung kann man aber schon sagen, innerhalb eines Jahres ist dieses System dann auch reinvestiert. Gute Sache. Vielleicht können Sie das auch für meinen Pkw noch erfinden. Das wäre so die nächste Stufe. Das können wir mal zusammen besprechen. Danke schön.